Und da bin ich direkt wieder. Ich nehme direkt weiter auf Folge 3. Und wie gesagt werde ich das Tyrannen-Pokémon besiegen. Und... ja, das... ...Nilk entdeckte das Pokémon, dass die Unruhen in dieser Stadt verursacht. Es sieht aus, als würde er sich ausruhen. Aber habe ich das schon übersetzt, deswegen. Quick Attack. Kann ich jetzt auch. Guck. Scheint Typ Stahl zu sein. Mach ich mal einmal Defense-Core. Hätte ich sofort machen müssen. Na egal. Irgendwie habe ich es mit den Quids. Mist. Naja. Ich möchte, dass mein Pikachu die EP bekommt. Naja. Elia. Ah, da habe ich... Habe ich vorhin mit LV6? Ich weiß es nicht mehr. Dann... Vaterschock. Oh. Mist. Paralyse hätte ich jetzt echt gebraucht, aber... Nein! Gibt's das jetzt? Gibt's das gerade? Ist das gerade ernsthaft passiert? Äh, ja. Äh, ja. Das ist jetzt schon peinlich. Vorhin hatte ich nur Glück durch die Paralyse. Deswegen. Naja. Direkt probiere ich es nochmal. Also, ich probiere es direkt nochmal. Ich hoffe mal, dass ich noch Geld habe. Naja. Ja. Direkt vier Tränke. Hier. Dafür habe ich... Mache ich es jetzt besser. Ja. Los. Wie es aussieht. Mh... Defense core. Sofort am Anfang. Mhm. Äh, falsch. Ich will zuerst was nachgucken. Und zwar... Aber macht keinen Unterschied. Potion? Achso. Oh. Wie. Hat mir jetzt natürlich nix gemacht. Schon wieder Quid. Ich hoffe einfach, dass es nochmal Lia macht. Ah Mist. Naja. Also jetzt kann es ja schon mal... Ja jetzt macht es natürlich wieder Lia. Aber es hat mir gerade nur 11 KP abgezogen. Das bedeutet, ich kann nochmal angreifen. Ja. Wobei es gerade 13 KP abgezogen hat. Aber... Danke. Ich könnte jetzt angreifen. Aber ich... Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ah. Ich mach's einfach. Yes. 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 Ich hab's besiegt. Das Tyrann-Pokémon. Es gibt nicht mal halb so viele EP. Und... Naja. Ich geh trotzdem erstmal heilen. Dann kannst du mal was du willst. Ich geh erstmal heilen. Ah ja. Und... Es geht auf die nächste Route. Jetzt. 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 Router 2. Ja. Der erste Trainer wahrscheinlich. Äh. Hallo? Wörtchen mich. Die sagen ja alle das gleiche. Also die NPCs. Die... Äh. Neben-MPCs. Sind das überhaupt Nebencharaktere? Ich... Man kann sie sicher nicht mal als sowas bezeichnen. Ja. Hm. Es geht hier. Woher... Warum man auch immer ja einen Neko hat. Äh. 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 Ich müsste mal gucken, ob ich eine Karte hab. Ist ja mal interessant. I lost. Sie sagen alles gleiche. Ne. Wirklich keine Karte. Na. Kann man nix machen. Hä? Okay. Ich glaub die hatten echt keine Lust. Sich... Sich... Texte auszudenken. Ach. Ich dachte halt Mew. Oh man. Ich dachte ja jetzt hat das jetzt den Mew ein. Er ist sogar schneller. Was zur Hölle. Spiro. Ich verwechsel Mew. Ich verwechsel Mew in der englischen Version öfter mal mit Mew. Aber Mew heißt ja auch Mew. Aber... Ignorieren wir das? Yay. I lost. I lost. Ich hab verstanden. Ja. Candy. Cool. Äh. Wo bin ich? Ich hab total kalte Hände. Ach. Ich merk's selber schon. Naja. Naja. Steht hier auf dem Schild war. Nein. Hier steht auch nix. Wenn hier wenigstens stehen würde, dann hätte es sich gelohnt. Aber so. Schwalbini. Nice. ist. Oh. Sieben KP. Ich guck mal kurz wie lange ich schon aufnehmen. 9 Minuten ziemlich genau. Also noch 6 Minuten. Zack. Übrigens wenn man das Mädchen genommen hätte, hätte man Misty gespielt und ein Togepi bekommen. Nice. Und ein Togepi bekommen. To-K-P. Genau. Wie fang ich mir das? Ich will's nicht besiegen. Bitte komm zu mir. Am besten ich mach's so. Ich weiß nicht auf Thundershock. Bitte. 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 Ja. Ja. Aber bevor es noch ein Crit wird. Mh. Hochgeball. Hoffentlich. Hoffentlich. Und ich drück wieder B. Hört man zwar nicht, aber ich drück schon ziemlich. Hm. Ja. Ist natürlich ausgebrochen. Hoffentlich. Ach man. Mann. Ich habe jetzt einen Superball. Quaidball. Quaidball. Ich drück jetzt mal mit A. Ich drück A und B. Nein, das geht eigentlich gar nicht. Was ist das? Nein, ich mach das mal. Pfanderschock. Bitte. Bitte. Bitte sei kein Crit. Ja. Ich möchte jetzt unbedingt hafen. ph от. Gibt es nicht. Ich muss jetzt sagen. Was bringt mir denn das? Ich will es jetzt haben. Was? Bitte. Okay. Das ist jetzt der letzte Pokerball. Warum habe ich Table übereingesetzt? So, Bea, du brichst jetzt aus. Bea. Nein. Oh, Mann. Scheiße. Vielleicht begegnet es mir nochmal. Tschüss, Bisasam. Das ist echt traurig. Ach, 13 EP. Ja, okay. Okay, EP. Okay. Äh. Okay. Hm, das gebe ich. Sentry. Danke. Da ist anscheinend der Polizist. Bin ich falsch gelaufen? Nein. Doch. Ja. Bitte, bitte, bitte. Nein. 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 Ach, ja. Ach, ja. Ah, na. Buck ab. Zum Glück. Was hat er noch? Hat er zwei Pokémon? Ja. Eipom? 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 Keine Ahnung. Was ist das? Eipom? Eipom? Eipom! Eipom? Eipom! . I lost Es sind auf jeden Fall sehr kreative Texte Lässt der Typ mich nicht durch, oder wie? Und dafür habe ich so getweihartet Alles klar Oh, ich habe run away, das ist gut Okay Ah, er geht weg Er geht weg So Das war es dann mit dem Part Ich hoffe, es hat euch gefallen Nächsten Part werden wir hier reingehen Also da durchgehen Hier kann man den Sensor gucken Auf jeden Fall Bis zum nächsten Mal, tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal